Zugangscode, Zugangscode, okay, 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 Zugangscode, da auf der Rückseite, ja, hier ging es nicht weiter, okay, oder hast du Spacken die Tür verschlossen, ich glaube mir einfach ein Wolf, geht es hier weiter, nein, hier war ich ja auch schon gerade drin krepiert, okay, haben wir, wir sind vorbereitet, es kann uns nichts mehr passieren. Ganz genau, diesen Covid weiter. Ja, du Witzbold, da komme ich nicht rein, weil zu niedrig, ne, ja, okay. Zack, zack, zack. Sie sind da, das ist Morlis Büro und der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Entschuldigung. Der Zugangscode ist in der folgenden Mail. Haben Sie den Zugangscode gefunden? Ja, habe ich. Was hat denn so eine Schlüsselkarte? Was zumindest geklappt hat, war... Hier in Deckung gehen. Ja, das hat mich schon vier oder fünf Mal gegessen. Und das fand ich nicht lustig. Nein, 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 nicht jetzt schon. Geh einfach. Geh einfach. Geh einfach. Genau, geh einfach in die andere Richtung. Aufstehen. Geht jetzt zum Schacht. Wer kann ich jetzt hier rein? Eins. Sieben. Null. Zwei. Boah. Geh bloß wieder zu, du. Nein, hier ist völlig uninteressant. Nein, 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 nein. Nein. Okay, Schrott brauche ich nicht. Sonst sind hier nur Schränke zum Verstecken. Nein, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Scheiße, wann suche ich noch eine Schlüsselkarte? Was will ich denn mit Leuchtfackeln? Ich habe so viel Spaß. Ich habe eine Augeweiskarte gefunden, aber habe ich die richtige gefunden? Man weiß es nicht. Also du bist in einem Schacht, ja? Ich bin nicht da. Ich kann schon gar nichts mehr aufnehmen, aber ich weiß noch nicht, wie ich es verbrauchen soll. Na gut. Nein, ich bin nicht da. Ich habe schon alles, alles, ich brauche nichts mehr. Lass Likebeker, was ist das? A 29, C 21, A 26, oh Gott. 29, 1, warte mal, das muss ich noch kurz aufschreiben, sonst vergesse ich das, 29, C, 21, A, 26. Okay, das ist irgendwie, nein, das blieb immer so. Bis zum nächsten Mal, deine Faltenstein. wahrscheinlich die bescheuertste Idee ist das habe ich natürlich nicht gesehen welchen Raum ich bin so eine Rohrbombe oh und ein Speicherpunkt speichern punkt ist hier machst du was mit so speichern wollen wir doch mal gleich gucken wie eine Rohrbombe funktioniert für eine Rohrbombe brauche ich zwei Sprengkapseln ich habe überall von zu viel nur von den Sprengkapseln eine Rohrbombe ist eine Brandvorrichtung die beim Auffall davoniert sie ist tödlich für Menschen und nicht industrielle Sybtheten ok ja du bist genau über mir macht mir aber keine Angst viel mehr Sorgen mache ich mir gerade dass ich nicht weiß wo A26 und so ist das macht mir gerade ein bisschen Sorgen ok wir müssen nach A29 ich war erst A28 aber hier war so ein Knopf was macht er außer Betrieb großartig was machst du du machst das mal aus Bist du der Mensch den ich suche du hast eine Schlüsselkarte das ist schon mal super ja zurückkehren nichts leichter als das ja zurückkehren nichts leichter als das zurück 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 was haben wir hier im Terminal Patienten seit Tagen Aufwachraum Angststörungen, Schein, Quetschung, Pflege Ethanol ist immer gut Schrott habe ich genug hier kommt noch mehr drauf bist du der Richtige ach so was ok zack nein ich bin nicht da ich bin nicht da nein 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 du hast mich gesehen oder nein 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 может solar 下 пят okay wir gehen gleich den gleichen weg aber sowas von den gleichen Weg gehen wir hier nochmal zurück und speichern ab.